Kaffee zum Mitteln, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorgen, einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmeckt beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 Euro bitte. 3,40 Euro für den normalen Kaffee? Das ist der Columbia. Wegen der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche Herrn Professor Dr. Kullert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschwissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPW, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt? Wie? Idiotentest. Und wer glauben Sie, ist damit gemeint? Idiot. Sie oder ich. Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen. Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie man mit dem Steger gerne mal eins über die Rübe ziehen würde. Und wenn die Haltung stimmt, außer drauf. Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauft ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Das ist Pegida oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei wüsste eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen Blassenschimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für zwei Euro extra noch ein Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. fueled auch estreignete Michael Tomm empfiehlt. Wollen Sie sich in einem Radium mit der listenunden undançaar kaputt. Wir haben so ein parfors damit, falls Sie in einem Egyptil zu schaden. Und hier haben ein Zinnsistol, unter denen wir wieder think improve sein. Wir haben hierilly ein paar Hä llevchen aufgefahren. Ja, und wollen Sie schauen.